Hallo der Blind Spectator, vor euch am Mikrofon und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chimery 2. Es gab ein großes Update, nämlich das Brawl Update. Und hier wird richtig hart mit den Fäusten auf den Gegner eingeprügelt. Ich spiele diesen Spielmodus gerade zum ersten Mal und wir rulen ja schon mal ganz gut. Shit. Ja, es ist quasi so eine Art Deathmatch ohne Waffen. Und stattdessen nimmt man einfach was da rumliegt und prügelt sich damit gegenseitig die Schnauze ein. Der Stuhl haben wir gesehen, ganz schön effektiv. Was ist das? Eine Flöte, geil. Achso und außerdem ist Halloween Update zur Zeit. Das bedeutet, es gibt Kürbisse, die in der Gegend rumstehen und außerdem irgendwelche Easter Eggs. Keine Ahnung, habe ich noch nicht gesehen. Ich bin der Flötenmeister, Junge. Du hast mir noch nie jemand die Flöte spielen sehen, sage ich dir. Fuck. Wir müssen auf jeden Fall gar nicht noch eine Runde dranhängen, weil das wäre ja sehr kurz. Die Zeit läuft richtig hart ab. Stirb. Stirb. Ah, fuck. Irgendwann noch 11. Na, ist es vorbei oder nicht? Es ist noch nicht mehr vorbei, oder was? Okay, dann drücken wir noch ein bisschen weiter. Ah, jetzt. Hat nur ein bisschen Verzögerung gehabt. Knapp werden wir sogar noch Erste geworden, obwohl wir jetzt sehr spät ins Spiel eingestiegen sind. Das ist auf jeden Fall eine der neuen Spielmodi. Es gibt noch einen anderen Spielmodi, der ist dann Last Team Standing. Irgendwann werden wir da vielleicht auch mal reingucken, weil ich da ja ein bisschen skeptisch bin. Last Team Standing ist immer so eine Sache mit Teams. Und Teammates sind ja immer toxisch, oftmals. Muss man mal gucken. Wir sind wieder in einem laufenden Match drin. Okay. Alter, der hat ein Brand-Eisen. Hallo? Jetzt. Du hast mir mein Kill geklaut, du Arschloch. Okay, ist aber gucknisch, dass wir die ganze Zeit in den laufenden Matches hier reinkommen. Vor allem Matches, die halt kurz vor Ende sind. Das ist irgendwie nicht so sinnvoll. Aber egal, der dreht sich auch so um Spaß. Das ist ja Spaß-Spiel-Modus letzten Endes. Du hast mir bei den Kill geklaut, du Arschloch. Ich wollte gerade den Fisch aufheben. Junge. Die Waffen sind auf jeden Fall alle sehr clunky, kann man sagen. Wo ist meine Harfe hin? Warum ist die kaputt? What the fuck, wo ist der Stein hingeflogen auf einmal? Ach fuck, hinter mir war natürlich einer. Aber es war der Vorwärmste, die Kill hat, okay. Hoffentlich spawnen wir auch mal ein Match rein, das nicht schon kurz vor Ende ist. Das wäre schön. Schöner Kürbis, der er auf jeden Fall auf hat. Man kann sich jetzt auch Kürbisse aufsetzen. Wegen Halloween halt. So, komm, jetzt ein Match, was noch nicht mittendrin irgendwo ist. Es gibt Punkte für Fußsoldat, okay. Aber nicht so natürlich viel. Oder kann man da auch als unterschiedliche spawnen? Okay, das ist immerhin ein Match, was noch nicht angefangen hat. Man kann tatsächlich die Klasse ändern. So, komm, Spiel. Dauert immer ewig, bis sowas gestartet ist. Guter Grund, sich gegenseitig auf die Schnauze zu hauen. Autsch, du hast ne Waffe, das ist unfair. Au! Komm, lass mich spawnen. Der weckt. Der Junge hat geweckt. What the fuck? Nix da mit wegkommen, Junge. Frechheit, dann versuchen zu fliehen. Alter, Flasche ist schon krass. So, den haben wir auch weggemacht. Ach, fuck. Wie gemein. Ich war kurz davor, die Typen zu killen. Okay. Ich hab Holz, Junge. Vor der Hütte. Da sagst du nix mehr, Junge. So, du kriegst auch. Bam. Weg, die Sau. Nein. Der Blockflöte hatte mich aufgestützt, Junge. So ein Arsch. Was hab ich? Ich hab so ne große Flasche. Brut an. Brut an. Ah, nein. Der Stuhl tut. Der Stuhl tut. Fee. Fuck. Stühle sind krass. Also Stühle sind echt krasse Waffen. Gut, in einem Mal gemacht. Stühle sind krass. Der Armboss. Dabei bin ich doch fast Erster. Zeitweise war ich's sogar. Gut. Zwei Kills. Zwei Kills. Zwei Kills. Du Arschloch. Prügelt den einfach in den Rücken rein. Was? Wieso war deine Faust da jetzt schneller? Dabei hatte ich doch Initiative. Alter. Fuck. Komm, lass mich spawnen. Dann gehen alle auf mich. So ein Scheiß. Wurde ich überholt. Dazu dann keine Kills gemacht. Das war auf jeden Fall mal der neue Modus, den es hier im Spiel gibt. Wie gesagt, Brawl ist ganz nett. Kann man hin und wieder mal machen. Es ist jetzt allerdings auch nicht so mega speziell. Aber falls man mal ein bisschen Bock auf Abwechslung hat, ist es nicht verkehrt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jeder bis dahin. Haut rein.